Einen wunderschönen guten Morgen am 1. April. Satirisch und analytisch versuche ich euch mal durch die Nachrichten des heutigen Tages zu begleiten oder des gestrigen sozusagen, aber wir beginnen da gleich mal mit einem April-Schatz, zumindest kann es ja eigentlich was anderes nicht sein, wenn Hunter Biden ein Buch schreibt, was seine Memoiren sein sollen und was sich Beautiful Things, also wundervolle Dinge nennt. Hunter Biden ist der Typ, der in Verdacht steht mit unter anderem der Tochter von Obama, aber auch verschiedenen anderen minderjährigen Jungen und Mädchen sexuellen Kontakt gehabt zu haben und er schreibt in diesem Buch also darüber, dass er Alkohol- und Drogensüchtig war und ist und dass er sich selber sein eigenes Crack in einem Bungalow gekocht hat, was für eine wunderschöne Begebenheit, dass er einen Drogensüchtigen auf der Straße seine Heroin abgekauft hat und ihn dann später bei sich wohnen ließ. Es ist ja ein richtiger Philanthrop und solche Dinge. Es dreht sich also grundsätzlich, zumindest laut der New York Times, die das Buch jetzt erstmal vorliegen hat, bevor es in den Bücherregalen steht, größtenteils um die Thematik der Sucht und ich vermute, er wird viele Sachen weggelassen haben, die nicht ganz so allgemein verträglich sind und damit ist es als Memoiren auch schon wieder sehr, sehr untauglich. Aber gut, wen interessiert das heutzutage schon? Sein Papa oder zumindest der Mensch, der im Namen seines Vaters steckt, muss sich mit der kaputten Infrastruktur Amerikas auseinandersetzen und möchte sie jetzt mit Steuern reparieren. Es steckt jetzt Geld in die Straße, um die Löcher zu stopfen. Und so möchte er also die Unternehmenssteuern wieder erhöhen, die Trump gesenkt hatte. Ich hatte das letztes Jahr schon erwähnt, also Trump senkte von 35 auf 21 Prozent und er erhöht jetzt auf 28 Prozent. Also um die Hälfte geht es wieder hoch und er möchte auch noch gleichzeitig laut der Tagesschau einen größeren Rahmen stecken. So sagt er, Zitat, Pharma und Lehrer bezahlen 22 Prozent Steuern, Amazon und 91 Großkonzerne bezahlen überhaupt keine Bundessteuern. Das werde ich beenden. Zitat Ende. Also er ist jetzt auch noch der Meinung, dass er internationale Konzerne in Bundessteuern bekommt. Das halte ich für ein Gerücht, aber das kann er gerne versuchen. Auch in Deutschland ging es kurzzeitig um Steuern und zwar bei Herrn Lanz. Und die Welt hat sich ja jetzt unter anderem zur Aufgabe gemacht, ähnlich wie die Tagesschau immer wieder mal ihre TV-Formate mitzuerwähnen. Und so wie die Tagesschau also regelmäßig über Anne Will und Maischberger berichtet, macht das die Welt jetzt also mit Herrn Lanz. Und der Herr Lanz hatte sich die Susanne Henning-Welsow eingeladen, die wahrscheinlich noch keine so richtig kennt. Das ist die neue Chefin der Linkspartei. Und ja, also wenn ihre Äußerungen immer so stattfinden wie bei Herrn Lanz, dann wird es wahrscheinlich auch so bleiben, dass die keiner kennt. Denn sie hat sich nicht nur hart verstrauchelt in all dem, was sie da gesagt hat, sondern sie war auch den Fragen von Herrn Lanz schlicht und ergreifend nicht gewachsen. Und so hat er sie sozusagen dazu bewegt, dass sie einen Spitzensteuersatz für Vermögensteuern von 50% anberaumt hat und auch andere Steuern gerne erhöhen würde, um bestimmte Reaktionen damit zu erzielen oder bestimmte Gelder damit zu bekommen, die man woanders hinstecken könnte. Da tauchen ganz viele lustige Sachen auf, das kann man sich gerne durchlesen, aber bitte nicht mit klarem Verstand, trinkt vorher was. Ebenfalls mit wenig klarem Verstand geht es in Schweden zu und jeder, der meinen Südafrika 2 Podcast gehört hat, wird sich da jetzt wenig von überraschen lassen können. Tödliche Gewalt in Schweden erreicht neue Rekordzahlen. Ja, also in Schweden gibt es ja sozusagen seit Anfang der 2000er Jahre eine ähnliche Migrationspolitik, wie wir sie seit 2015 haben und dadurch treten natürlich die Folgen in Schweden auch deutlich früher auf als bei uns, also 10 Jahre früher ungefähr. Und hier geht es also jetzt darum, dass die Kriminalitätsstatistik jedes Jahr das Vorjahr überholt und man jetzt also hier irgendwie Handlungsdrang sieht, wenn die Vergewaltigungsquoten von Frauen steigen und die Mord, Totschlag und Kindestötungen irgendwie in die Höhe schnellen. Und symptomatisch steht dafür also das Bild, was RT Deutsch hier mit dazu abgedruckt hat. Das haben sie sehr gut ausgewählt und zwar gibt es darauf abgebildet drei Polizisten in leuchtend gelben Sicherheitswesten, davon zwei mit der Schokoladenfarbe weiße Schokolade im Gesicht und ein Gesicht mit der Schokoladenfarbe eher Vollmilchschokolade und auch dazu passendem Bart. Ich mutmaße, dass die Vollmilchschokoladenfarbe wahrscheinlich eher islamistischen Hintergrund hat oder islamischen Glaubens ist, muslimischen Glaubens ist, zumindest optisch sieht das doll so aus. Interessant an der Geschichte ist, dass dieser Mensch jetzt als einziger eine MP trägt und die auch so doll vor dem Körper trägt, dass es tatsächlich nach einem Statement aussieht. Weder ist in meinen Aussagen jetzt ein rassistischer Inhalt noch irgendwas anderes drin. Ich möchte einfach nicht mit Schwarz, Weiß, Gelb oder weiß ich was hausieren. Ich finde Schokolade einfach eine total tolle Sache und jeder, der in meinen Ausführungen mit Schokoladensorten tituliert wird, ist ein süßer Kerl. Oberkommandeur der ukrainischen Armee, wir sind bereit für eine Offensive. Ja, die ukrainische Armee macht sich bereit, um gen Osten zu fahren und die Krim zurückzuerobern oder so ähnlich. Und sie machen in diesem RT-Deutsch-Artikel auch sozusagen gleich klar, dass die EU dann bitte mitziehen soll, wenn ihr erster Vorstoß nicht das richtige Ergebnis bringen würde und sie würden dann so auf eine Art Palisaden-Kriegsführung umswitchen wollen, wo dann also sozusagen aus dem Backoffice geschossen wird. Aber so richtig sicher sind sie sich noch nicht, ob sie das tun, weil eigentlich brauchen sie dafür ja ein Okay und möglicherweise tun sie es auch nicht, weil die Krim gehört ja Russland und alleine können sie das ja auch nicht. Und also es geht hier eigentlich nur darum, dass man also diese Fronten nochmal künstlich verhärten möchte und jetzt irgendwie sozusagen die Russen wieder dazu zwingen möchte, hier ein Statement abzugeben. Da werden wir sicherlich in den nächsten beiden Tagen entweder erleben, dass der Herr Lavrov wieder eins seiner von mir heiß geliebten Statements abgibt oder dass sie das wieder in Schweigen hüllen, was durchaus auch angemessen wäre. Das ist ja zunehmend lächerlich, wenn die Ukraine, die mittlerweile ja eher ein drittes Weltland ist, mit solchen Methoden anfängt, irgendwie europäische Interessen zu vertreten. Dann geht es um Slobodan Milosevic. Der ist nämlich der Kopf des Tages von der Welt und hieß ja bei den Cem Özdemir dieser Welt schlechter des Balkans. Deswegen hat man ja auch einen nicht durch ein UN-Mandat gedeckten Angriff gestartet, der auch bis heute immer noch völkerrechtswidrig ist und auch von Herrn Schröder mittlerweile als solches bezeichnet wurde. Und der Herr Milosevic, Milosevic, wie auch immer, ist ja dabei verhaftet worden von 400 Polizisten, sehr medienwirksam und inhaftiert worden, also nach den Haag gebracht worden und gegen seinen Willen und gegen internationale Konfessionen, also gegen irgendwelche Dinge, die rechtskräftig sein können, in den Knast gesteckt wurden und im Knast verstorben. Und zwar im Jahr 2006 am 11.03. Und auch wenn ich natürlich von keinem Deutschen erwarten kann, dass er sich damit wirklich auseinandersetzt und Cem Özdemirs Übertritte in außenpolitischen Belangen kann wahrscheinlich auch keiner richtig bewerten, aber man kann schon einen sortieren, wenn so ein Typ an einem Herzinfarkt stirbt, überraschend, am 11.03., was ja eine 33 ist, im Gefängnis, nachdem er sozusagen von den westlichen Alliierten aus seinem Land heraus exerziert wurde. Dann weiß man wohl, was da passiert ist. Ja, dann geht es ebenfalls in der Welt um Verschwörungsgläubige, die man politisch verorten müsse. Und so hat man also versucht, einzusortieren. Und hier lese ich mal ein bisschen mehr vor, weil da stecken viele Dinge drin, die also dann doch sehr bemerkenswert sind. Wie denken jene 14% der Deutschen, die Corona für einen Schwindel und die Maßnahmen dagegen für eine hysterische Überreaktion halten? Der Glaube an ein Lügensystem ist bei ihnen fest verankert. Eine Studie findet klare politische Präferenzen. Geht also offensichtlich um Religion. Und diese noch unveröffentlichte Studie liegt also der Welt vor. Und da sind mehr als 2000 Leute repräsentativ ausgewählt worden, die in Deutschland online befragt wurden. Natürlich kann man repräsentativ online auswählen, ist ganz klar. Deutlich wird, dass Anhänger von Corona-Verschwörungsmythen sich politisch vornehmlich auf der rechten Seite des Spektrums einordnen und Werten des Universalismus sowie der Regeltreue meist ablehnend gegenüberstehen. Also, es ist der erste Absatz vor der ersten Zwischenüberschrift. Und jetzt haben wir also gelernt, dass das, was jetzt folgt, sind böse Rechtsradikale. Also du kannst dich schon richtig positionieren. Und was da im gleichen Satz drin steckt und was damit auch gleichzeitig eine Positionierung erfährt, ist, Universalismus und Regeltreue sind gut. Was Universalismus ist, wissen die meisten Menschen gar nicht. Und deswegen lese ich euch das mal vor. Es gibt vom Universalismus drei verschiedene Ausprägungen, die voneinander wegdefiniert werden. Im Ende aber ähnliches Aussagen. Es ist im Grunde die Lehre von der Erlösung aller Menschen, laut der Apokatastasis. Das geht auf eine christliche Konfession zurück, die die Allaussöhnung proklamiert und wird in der Religionswissenschaft, also in der zweiten Variante des Universalismus, verwendet, als Eigenschaft einer Religion für jeden offen zu sein, ohne Rücksicht auf die ethnische Abstammung. Und das geht wiederum dann in die Philosophie ein und wird zu einer Lehre, die das Ganze gegenüber dem Einzelnen betont und das Einzelne in eine Ganzheit eingefügt sieht. So, wenn ihr diese Kette verstanden habt, warum es also sozusagen von einem religiösen Sinnbild zu einer Konfession, zu einer Religionswissenschaft, zu Philosophie wird, dann versteht ihr, warum ich es zum Weltraum philosophischer Raum sage. Weil es ist halt genau das Gleiche. Es ist von Alistair Crowley gekommen, in die Brillgesellschaft reingekommen und dann durch verschiedene Systeme gewälzt worden, bis wir gesagt haben, es gibt Aliens. Weiterhin sagt die Wikipedia zu Universalismus in der Philosophie, daraus folgt auch, dass Ideen, Ideale, Rechte und Pflichten grundsätzlich für alle Menschen gelten müssen. Offensichtlich wohl auch für Politiker, weil alle Menschen. Das würde also heißen, weil unsere Politiker sich ganz offenkundig ja nicht an die gleichen Gesetze halten müssen, wie wir es tun müssen, dass sie rechtsradikal sind. Weil Universalismus wird ja da gleichzeitig genannt im selben Satz und eindeutig sortiert und deswegen sind alle Leute, die Universalismus ablehnen, Rechte. Und unsere Politiker lehnen den ja irgendwie ab. Die tragen ja keine Masken oder haben Sonderrechte oder werden nicht inhaftiert, wenn sie sich schmieren lassen oder Steuern hinterziehen oder so. Das sind ja dann Rechtsradikale. Interessant ist auch noch beim Victionary, da gibt es noch einen relativ gut bezeichnenden Satz, da heißt es, in der Philosophie, Politik und Wirtschaft ist Universalismus eine Denkart, die den Vorrang des Allgemeinen beziehungsweise des Ganzen gegenüber dem Besonderen und Einzelnen betont. Das könnte sozusagen ein Leitspruch der Esoterik sein, sozusagen, gemeinschaftliche Meditation ist viel besser als eigene Meditation, weil man dann das Energiefeld viel schneller vergrößert und so weiter. Also hier geht es darum, dass man das Ego sozusagen aufgibt und mehr in einer Art Symbiose lebt. Das ist total kommunistisch, aber wie gesagt, für jeden Esoteriker, der das noch nicht verstanden hat, immer wieder mal den Anstoß, darüber mal nachzudenken. Jedenfalls geht es dann in der Welt weiter. Bei der Befragung, die während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 stattfand, identifizierten der Politologe Tobias Spörri von der Uni Wien und der Sozialwissenschaftler Jan Eichhorn von der Uni Edinburgh die Anhänger von Verschwörungsmythen anhand der Zustimmung zu dieser Aussage, die jetzt folgt. Also ein Politologe und ein Sozialwissenschaftler haben im ersten Lockdown, also letztes Jahr um die gleiche Zeit, naja ein bisschen später, diese Studie erhoben und die wird jetzt sozusagen veröffentlicht und soll jetzt repräsentativ sein, ein Jahr später, nachdem die Leute dann noch irgendwie durch viel auf und ab gelaufen sind, sagen wir es mal freundlich. Und zwar, die Frage, die ihnen gestellt wurde, war, die sozialen Medien sind voll von Geschichten, die behaupten, die Corona-Pandemie sei ein einziger Schwindel und die Schutzmaßnahmen eine hysterische Überreaktion. Glauben Sie solche Geschichten? Man hat also absichtlich sehr eindeutig formuliert, sagt man von Autorenseite und man zielt damit auf den festen Glauben an ein Lügensystem ab und lässt keinen Raum dafür, dass jemand bloß Skepsis gegenüber dem wissenschaftlichen Konsens und dem Regierungshandeln hegt. Dabei sei erwähnt, dass es also in den letzten Tagen doch vorhäuft auftaucht, dass man neu sortiert. Es ist also völlig okay im Rahmen der Meinungsfreiheit, dass man skeptisch ist und es ist auch völlig okay im Rahmen der Meinungsfreiheit, dass man Corona nicht für erwiesen ansieht. In diesem Sinne muss ich euch leider eine schlechte Nachricht übermitteln, also jedem von euch, der nur mir und ähnlich gesinnteten Leuten zuhört und eben nicht voll in diesem Querdenker oder Q-Framing oder so aufgeht, wir sind leider keine Verschwörungstheoretiker mehr. Wir dürfen jetzt unsere Meinung sagen und das steht da jetzt so drin. Der Schwindelaussage stimmten laut dem Artikel bei der Befragung durch das Institut Bilendi 14,4% zu und davon leiten sie eben ab, was sie ursprünglich sagten. Wie denken jene 14% der Deutschen, die Corona für einen Schwindel halten? Also das ist sozusagen die Überleitung zum Anfang des Artikels. Und zwar fassen sie hier zusammen, 28% werden sich als rechts und gut 17% als Mitte rechts orientieren, die diese Aussage bestätigen. Hingegen beträgt der Anteil der Verschwörungsgläubigen, die sich links einordnen, knapp 9%. Dabei lassen sie irgendwie weg, dass Mitte links auch nochmal 9% sind, also dann auch 18% und das ist dann noch deutlich mehr als nur 9%. Die medial oft kolportierte Behauptung, dass auch Menschen, die sich selbst dem linken Rand zuordnen, vermehrt zu Corona-Verschwörungsmythen neigen, so die Autoren, kann durch diese Untersuchung nicht bestätigt werden. Also ganz offensichtlich ignorieren sie, dass hier 18% der Befragten sich durchaus zu Verschwörungsmythen bekennen und sind der Meinung, diese 18% sind kein repräsentativer Teil, den wir als Bewegung bewerten können. Okay. Ignorieren wir einfach mal 20% der Bevölkerung. So, dann heißt es hier weiter, Zitat, Menschen, die eine formal höhere Bildung aufweisen und Teil der oberen Einkommensschichten sind, glauben seltener, dass die Covid-19-Pandemie eine Verschwörung sei. Zitat Ende. So in der Studie erwähnt. Also dumme Menschen glauben, es ist eine Verschwörung, wiederum ein Framing, jeder, der öffentliche Sachen hinterfragt, ist dümmer als Menschen, die sie glauben. Auffällig aber ist die Korrelation mit der Mediennutzung. Von denen, die Corona für Schwindel halten, sitzen nur 6% das größte Vertrauen in traditionelle Informationskanäle. Also traditionelle Informationskanäle sind sowas wie der Fernseher und das Radio. 6% ist ja, finde ich, ein schön geringer Satz, der sollte sich vielleicht noch weiter fortpflanzen, dann wäre die Gehirnwäsche nicht mehr ganz so weit verbreitet, aber hier stellt man also eine Korrelation her, wer nicht Fernsehen guckt und sich vom ARD den Kopf waschen lässt, der ist ein Idiot, weil ja die Korrelation aufgebaut wird, zu niedriger Bildungsschicht. Genau. Ja, dann gibt es also verschiedene Auswertungen noch, Zustimmung zum Grundwert des Universalismus, ohne dass Sie ihn ordentlich erklärt haben dazu oder so. Und also Sie haben gesagt, dass alle Menschen auf der Welt gleich behandelt werden sollen, aber wie ihr gerade gelernt habt, ist das ja eben so nicht. Der Universalismus ist ja deutlich umfassender, aber gut. Also da gibt es dann also in dem Anteil der Verschwörungsmythen Gläubigen, also einen Anteil von 21,7% starke Ablehnung und 16,5% von Ablehnung. Die wollen also irgendwie mehr ihre eigene Meinung haben und starke Zustimmung und Zustimmung sind insgesamt an 20%. Die kann man ja dann wieder vernachlässigen, weil wir haben ja gelernt, unter 20% ist ja keine Aussage. Also stimmt von den Verschwörungsgläubigen niemand dem Universalismus zu und alle sind dagegen. Ich helfe euch jetzt nur ein bisschen beim Framing, dass es schneller geht hier. Genau, aber so ist letztlich diese ganze Studie aufgebaut und natürlich ist es gut, wenn man eine Studie, wenn man das Studie nennt, wenn man an einer einzigen Frage alles festmacht und dann von lustigen Instituten gegenprüfen lässt. Nämlich so hat man das Free, hier in die Sekunde, die Deep Art Stiftung, das ist ein Think Tank, genommen. Die hat also, die macht politische Studien, mal freundlich gesagt. Und die haben Mitglieder, könnte man so sagen. Und das ist also die Open Society, European Policy Institute Geschichte, also das gehört zur Open Society Foundation von Herrn Soros. Dann haben sie zum Beispiel die Volkswagen Stiftung drin, wo die politisch verheimatet, das wissen wir ja, und das Volkswagen zu 25% im Staat gehört auch. Und die Friedrich-Ebert-Stiftung ist da auch drin und die ist ja nun also so doll SPD, wie es nur irgendwie geht. Und ja, an der Stelle wissen wir also relativ genau, wo diese Studie herkommt und warum sie dieses Ergebnis hat. Und bei Witzig, witzig ist jetzt, was bei der Friedrich-Ebert-Stiftung bei Wikipedia beim Zweck original steht, demokratische Erziehung. Was macht mir ja Freude. Gut, also wir wissen sozusagen jetzt, wo die hingehören da mit ihrer Studie und das ist sehr aussagekräftig. Genauso aussagekräftig ist also diese komische Corona-App Luca, die ja die deutlich teurere Corona-Warn-App sozusagen jetzt ersetzt hat im medialen Kontext und so schreibt jetzt die Welt in ihrem Wirtschaftsteil fragwürdige Praxis alles nur geklaut und so dreist entstand die Anti-Corona-App Luca. Ja. Es geht jetzt hier also darum, dass die Entwickler dieser App offensichtlich Open-Source-Dinge gekapert haben, dann die Lizenzen entfernt haben, die drauf waren und ihre eigenen draufgelegt haben, die viel restriktiver waren. Das nennt sich übrigens im freien informatischen Entwicklertum Piraterie und wird da gar nicht so gerne gesehen. So heißt es im Artikel, die Daten aller Nutzer würden zwar verschlüsselt gespeichert, jedoch zentral auf einem Server des Betreibers. Das klingt auf jeden Fall schon mal gut, wenn also die Daten verschlüsselt werden, aber wenn die alle auf demselben Server liegen, irgendwie nicht so. Und das wird jetzt noch weniger gut. Sie haben also Hohn und Spott von den Entwicklern geerntet, weil alle Gesundheitsämter haben die gleichen Schlüssel für die Entschlüsselung der Kontaktdaten. Das heißt, du kannst von jedem Gesundheitsamt jede Daten, die da auf diesem Server liegen, lesen. Und nicht nur deine eigenen. Damit ist natürlich diese Sache mit dem Datenschutz schon wieder schwierig und natürlich ist das sehr hackerfreundlich. Und so heißt es also, diverse Experten wiesen öffentlich auf den Verstoß gegen Urheberrechte hin. Die Hackergruppe ZERFORCHUNG stellt in einer ersten Analyse heraus, dass Luca gegen Lizenzbedingungen verstoßen haben dürfte, indem sie den kopierten Code mit einer eigenen, deutlich restriktiveren Lizenz veröffentlichten. Luca hatte auch in seinen Nutzungsbedingungen Vorgaben verankert, die so gar nicht zum Open Source-Gedanken passen. So verbaten die Macher unter anderem jede Form der Schwachstellenanalyse, auch eine Quellcodeanalyse sollte untersagt werden. Also sie sind nicht nur Datenpiraten, sondern also und Ideenräuber, sondern sie sind auch noch der Meinung, dass sie das sozusagen sichern können, indem sie der Meinung sind, ja, uns darf keiner überwachen, unsere App darf niemand überprüfen und ja, das ist natürlich super und klingt doll nach Regierung. Nur, dass man es vielleicht mal einsortieren kann, wo diese App hingehört und dass jeder, der diese App auf dem Handy hat, die mal ganz schnell entfernt. Sizilien soll Covid-Zahlen manipuliert haben, so die Tagesschau. Da sorgen also Enthüllungen über mögliche Manipulationen von Covid-Zahlen für Aufregung und man zieht also mehrere abgehörte oder mitgeschnittene Gespräche, die von italienischen Medien veröffentlicht wurden, hier zur Rate und da tauchten Dialog auf, der ähnlich klingt wie, Zitat, soll ich die Zahl der Toten so lassen oder sie verteilen? Verteilen wir sie ein bisschen, ein bisschen zusammenfassen, wäre okay. Und, ja, Zitat Ende, also es ist sozusagen eine Absprache offensichtlich zwischen Leuten, die sich, die diese Zahlen hin und her schieben, also zwischen einer regionalen und einer überregionalen Stelle, die also sozusagen die lizeanischen Zahlen da neu mischen. und nun gibt es also von dieser, bei diesem Telefonmitschnitt dann eine Interpretation und da heißt es jetzt, die ermittelnden Staatsanwälte in Trapani gehen davon aus, dass mit diesen Zahlenmanipulationen eine Herabstufung, sie zielen, zur roten beziehungsweise orangenen Zone verhindert werden sollte. Okay, also wenn man das jetzt richtig liest, stellt man fest, dass da zum einen steht, verteilen wir sie ein bisschen und zum anderen steht, ein bisschen zusammenfassen. Das ist entgegengesetzt, wenn ich etwas zusammenfasse, ist das auf einen Punkt konzentrieren und wenn ich etwas verteile, ist es von einem Punkt weg konzentrieren. Das sollte ja vielleicht den Staatsanwälten auch geläufig sein und der Tagesschau, wenn sie dann investigativen Journalismus könnten, auch. Es geht also in beide Richtungen und es geht hier also ganz offenkundig nicht darum, sie nicht zur roten in einer orangenen Zone werden zu lassen, sondern es geht hier ganz offensichtlich darum, dass man ganz bewusst die Fälle, die man positiv gemeldet bekommen hat, so verteilt im Land, dass man überall die Maßnahmen begründen kann, die man da umsetzt. Und wenn das in Sizilien möglich ist, dann ist das in Ländern mit mehr Bürokratie fünfmal möglich. Ja, ansonsten können wir aufatmen. Biontech meldet hundertprozentige Wirksamkeit bei Jugendlichen, also der Impfstoff von Baytec und Pfizer, den können wir ganz sicher unseren Kindern in den Arm rammen, das ist ja super. Wer hätte erwartet, dass ein Impfstoff, der irgendwie nur theoretisch existiert, weil er unsichtbare Dinge von dem einen zum Unsichtbaren des anderen und wie auch immer, dass der hundertprozentig wirksam ist, das haben Sie wahrscheinlich mit einem Test rausgefunden, der nur eine 98,4%ige spezifiziert hat. Das ergibt ja auch totalen Sinn, wenn ein Test nicht hundertprozentig richtig anzeigt, dass ich ein hundertprozentig richtiges Ergebnis bekomme. Lassen wir das Thema einfach sein, also Sie versuchen hier Propaganda zu betreiben, damit jeder guten Gewissens seine Kinder impft, weil auch 99%ig würde den Eltern in Deutschland nicht mehr ausreichen, um ihren Kindern eine Spritze in den Arm zu rahmen, aber bei 100% sind einige dumm genug. ist dennoch zu tun. RT Deutsch thematisiert das Kliniksterben. Nachdem ja im letzten Jahr 20 Kliniken geschlossen wurden, werden es wohl dieses Jahr weitere 34 sein und das passt natürlich total gut zu Herrn Spahns Idee der Intensivkapazitäten, die da ausgebaut werden oder so ähnlich, wie das bei ihm klingt. Der Bundesrechnungshof hat also eine Aussage getätigt, die heißt 40% der Krankenhäuser verzeichnet Verluste für über ein Zehntel besteht erhöhte Insolvenzgefahr. Offensichtlich war das letzte Jahr für die Krankenhäuser nicht so geil und das führt dazu, dass also 40% der Krankenhäuser weniger eingenommen haben als zuvor und einige von Insolvenz bedroht sind. Das Bündnis Klinikrettung hat jetzt also hier sich zur Aufgabe gemacht, darüber zu informieren, wie die einzelnen Protagonisten hier aufgestellt sind und möchten noch Einfluss nehmen auf die Parteiprogramme, die sich jetzt zur Bundestagswahl wieder abgeschlossen werden und wollen also überall sozusagen die Klinikrettung etablieren. Ja, das wird schon. Nie wieder warten, jetzt entdecken die Deutschen den Supermarkt ohne Personal. Ein Weltartikel, der sich mit der Wirtschaft und Edeka, Tegut und Co. befasst. Die haben auf 50 Quadratmetern jetzt sozusagen einen Selbstbedienungssupermarkt entwickelt. Natürlich wieder in Hessen. Da haben sie schon drei davon aufgebaut, die wohl alle funktionieren. Jetzt wollen sie weitere bauen und warten auf die Freigabe und wollen also innerhalb der nächsten Jahre so auf 300 davon aufstocken, denn in Deutschland war jetzt schätze ich aktuell befindet sich das alles noch größtenteils in Hessen und am Rhein der Thüringens. Es soll also hier nur Personal aufgewendet werden in den Nachtstunden, um die Regale aufzufüllen und ansonsten sollen die Menschen sozusagen mit ihrer EC-Karte den Laden betreten können oder mit einem eigens generierten QR-Code, wenn sie sich vorher bei einer App angemeldet haben, also letztlich auch nicht sicher und dann bezahlen sie mit der EC-Karte oder über ein mit der App vorher vereinbartes Konto. Also gar nicht sicher, weil da nicht nur dein Name mit einem QR-Code verbunden wurde, sondern auch noch mit einem Konto. aber natürlich ist es total anonymisiert und niemand wird jemals rausfinden, wer da eingekauft hat. Die Epoch Times berichtet über ZDF heute. Die haben den späten Widerstand gestartet und machen eine Instagram-Aktion Hashtag MeinNazi-Hintergrund. Mit der Aktion MeinNazi-Hintergrund will ZDF heute auf Instagram jungen Menschen eine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle ihrer Vorfahren in der NS-Zeit ermöglichen. Die eigene Neigung zum Widerstand gegen totalitäre Tendenzen bleibt dabei fraglich. Also da geht schon aus dem ersten Satz hervor, dass es hier offensichtlich darum geht, dass Menschen mit der Vergangenheit ihrer Familie umgehen, lernen sollen im Kontext vom neuen Verständnis der Politik der damaligen Zeit. Und so werden also hier verschiedene Zitate angeführt. Eins davon soll ich vorgelesen, das zeigt es eigentlich am allerdeutlichsten. Pfeiffer, der eigenen Angaben zufolge die Gelegenheit hatte, persönlich mit seinem Großvater, dessen Erfahrungen aus der Zeit von Krieg und Nationalismus zu erörtern, meinte, bei diesem eine Tendenz ausmachen zu können, seine eigene Rolle ein bisschen zu relativieren. Also Pfeiffer wie auch immer, er weiter heißt, ist also der Meinung, sein Großvater hat seine eigene Rolle im Krieg ein bisschen relativiert, denn Pfeifers eigene Recherchen hätten dann zu Tage gefördert, dass dessen Angaben, also die Angaben des Opas, seine Einheiten seien nicht an Orten gewesen, an denen Kriegsverbrechen begangen worden wären, nicht haltbar gewesen sein. Also der Pfeiffer, der Enkel, der weiß heute, dass Opa damals gelogen hat, weil er heute recherchieren kann, dass die Einheit in der Opa war, an einem Ort gewesen ist, der heute als Ort eines Kriegsverbrechens deklariert wird. Pfeiffer sollte vielleicht nicht weiter studieren und vielleicht auch seine Schule rückgängig machen, dann ist er vielleicht ein bisschen weniger behaftet mit diesem ganzen Framing-Zeugs und dann versteht er vielleicht auch ein bisschen besser, dass das alles Teil einer Politisierung ist und nur wenn Opa sagt, der dabei war, er war nicht in einem Ort, wo ein Kriegsverbrechen begangen wurde, dann ist das wahrscheinlich die Wahrheit, möglicherweise auch nicht, aber ich halte es für wahrscheinlicher, als dass die Variante der Geschichte, die uns heute erklärt wird, die Wahrheit ist. Und insofern sind natürlich viele Kriegsschauplätze, die wir heute als solche kennen, nicht unbedingt wirklich welche gewesen. Das müsste man jeweils mit Zeitzeugen, die es immer weniger gibt, erörtern. Und wenn man denen dann nicht glaubt, selbst wenn sie in einer eigenen Familie sind, dann hat man natürlich ein Problem und ZDF fördert dieses ganze Nicht-Glauben den eigenen Angehörigen jetzt mit Hashtag MeinNazi-Hintergrund oder Hashtag MeineFamilieLügt. Wo wir schon mal im Glauben sind der neuen Zeit, die Tagesschau. Die ESA sucht neue Astronauten und nicht, dort haben sie einen nochmal separaten Artikel zu Alexander Gerst gemacht und seine Ideologie dahinter, sondern es geht hier also darum, dass man Bewerber sucht. So steht im Artikel, die Bewerber in der jetzigen Auswahlrunde sollen nach Angaben der ESA einen Masterabschluss in Naturwissenschaften, Ingenieurwesen, Medizin, Mathematik oder Informatik haben. Weitere Voraussetzungen, sie sollen unter anderem mindestens drei Jahre Berufserfahrung in einem dieser Gebiete gesammelt haben und fließend Englisch sprechen. Am liebsten wäre ihnen noch, wenn man bei der Feuerwehr einem Rettungsdienst im Flugzeug oder auf dem Schiff gearbeitet hätte, weil man ja im All auf sich selbst angewiesen ist und sozusagen in einer kleinen Einheit funktionieren müsse gegen all das Böse da draußen. Offensichtlich suchen sie also keine N-20er, sondern eher so mit 30er, Anfang 40er, die ins All fliegen zukünftig, denn das kann man wahrscheinlich nur schwer erfüllen, wenn man so Mitte 20 ist. Ich persönlich kann jedem, der das vorhat, nur raten, schon mal einen Tauchkurs gemacht zu haben. Das bereitet unheimlich gut vor und Computerspiele spielen fördert auch räumliches Denken. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.